Hallo, schön bist du da. Hey, heute möchte ich dir hier die Shelly Bluetooth-Geräte etwas genauer vorstellen. Shelly ist da ja sehr aktiv und bringt ständig neue Bluetooth-Geräte auf den Markt. Hier gebe ich dir einen Überblick über die Funktionen, wo die Geräte so haben. Gleich geht's los nach dem Intro. Das sind nun die Bluetooth-Geräte, die Shelly aktuell hier im Frühling 2024 auf dem Markt hat. Das ist einmal das Blue Gateway, Blue H&T, Button One, Button Touch One, Door- und Windows-Sensor und der Motion-Sensor. Alle diese Geräte sind mit Bluetooth ausgestattet und der hier noch mit Wi-Fi. Ja, wie geht das Ganze? Eben, man braucht noch eine Schnittstelle dazwischen, damit die Bluetooth-Geräte in dein Netzwerk integriert werden kann. Dazu dient eben ein Shelly Gen3-Gerät, ein Pro-Gerät, wie der Dimmer hier, ein Shelly Plus-Gerät, wie hier, oder eben das Shelly Blue Gateway. Ja, das ist so, das Bluetooth-Gerät hier verbindet sich auf das Gateway oder eben hier auf ein solches Gerät, das Wi-Fi und Bluetooth an Bord hat. Und entsprechend gibt dieses Gerät dann die Befehle weiter in dein Smart Home per Wi-Fi. So ist die Funktion dieser Geräte. Und Standalone-mässig funktionieren diese nicht. Es braucht immer eine Schnittstelle dazu, damit es in dein Haus-Automationsnetzwerk gelangt. Ja, das ist soweit zu den Funktionen, um ein solches Gerät im System anzumädeln. Kann man einmal die Shelly Blue Device App nutzen. Hier tauchen dann die Geräte auf. Wie das genau geht, habe ich bereits auch schon in einem Video erklärt. Jetzt, wenn ich den Button drücke, erscheint er hier, oder eben hier, oder eben auch nicht. Da, ich zuerst das Bluetooth nochmals ein- und ausschalten muss. Und dann wird das Ganze kommen. Das ist eine normale Sache. Teilweise, wenn das dein mobile Gerät das Ganze nicht erkennt, kann es das geben. Machen wir nochmal. Hier taucht er auf. Hier der zweite. Da kann man den anwählen. Und dann verbinden, Updates ausführen und so weiter. Und alle Sondereinstellungen macht man hier in dieser Blue App. All den Rest macht man dann in der normalen Shelly App. Oder eben, wenn du das Ganze mit Home Assistant machst, in der Home Assistant App. Wie du möchtest. Ja, wenn die Geräte dann eingebunden sind, dann tauchen sie auf. Hier jetzt in meinem Testraum, habe ich jetzt alle Bluetooth-Geräte hier entsprechend gepflegt. Das schauen wir uns nachher eins nach dem anderen an. Gut, eben, ich habe hier die Geräte aufgestellt. Das ist der Blue Motion Sensor, ein Bewegungsmelder, der per Batterie betrieben ist. Und entsprechend eine Laufzeit von rund drei Jahren versprochen wird. Da glaube ich nicht daran, aber es wird sich dann zeigen. Der sendet dann die Befehle eben an deine Steuerung. Und in der Shelly App kannst du dann das Ganze konfigurieren. Per Szenen dann die Automation entsprechend konfigurieren. Oder auch per Skripte. Dann haben wir den Door Windows Sensor. Den kannst du an einem Fenster anbringen. Und hier ist das Magnet. Entsprechend wird dann die Signalisation, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, gemeldet. Und das sehen wir jetzt nun hier, hier unten. Jetzt ist das Fenster geschlossen. Wenn ich jetzt hier den Magnet öffne, wird entsprechend hier als geöffnet dargestellt und dann wieder geschlossen. Dazu hat es noch einen Helligkeitssensor. Der ist hier verbaut. Das ist der schwarze Punkt. Der beim Öffnen oder Schliessen wird entsprechend die Helligkeit übermittelt. Jetzt ist wieder sehr hell. Und wenn ich wieder schliesse, dann wieder weg. Oder wird es neu ermittelt. So möchte ich sagen. Ich hatte vorhin den Finger drauf. Darum war es sehr dunkel. Wie jetzt nur 28. Und es geht schnell. Und hier sehe ich, über welches Gerät das Pluto Gateway den Befehl absenden konnte. Und das ist bei mir der Taster hier drüben. Das ist der. Der hat das Ganze empfangen und somit in die Shelly-Welt übertragen. Gut. Das ist der Door-Windows-Sensor. Den können wir auch hier darstellen im Wall-Display. Hier ist das Ganze als offen dargestellt. Wenn ich jetzt hier wieder schliesse, ist das Fenster geschlossen. So kann ich mir auch alle Fenster und Türen oder Schubladen und Schränke, die ich überwachen möchte, auch hier im Wall-Display darstellen. Das ist der Door-Windows-Sensor. Mit dem kann ich auch alarmieren. Wenn ich eine Alarmanlage bauen möchte, kann ich mir dann die Alarme hier festlegen. Und dann bekomme ich eine Push- und E-Mail-Meldung, wenn das Fenster offen ist oder geschlossen ist. Und habe somit eine Überwachung gebaut. Dazu dann noch ein anderes Video auf meinem Kanal. Gut. Den Touch-Button und den Button-One. Das sind einfach normale Buttons. Hier, das ist das neue Modell. Der hat einen IP54-Schutz. Und der hat das nicht. Der ist etwas instabiler. Dafür hat er eine LED, die einem anzeigt, wann der Button gedrückt wurde. Sehen wir jetzt. Ja, Moment. Ja, jetzt sieht man ein Leuchten kurz. Und der hat das nicht. Dafür ein Piepton. Der hier hat natürlich auch die Pieps-Funktion. Das geht auch. Jetzt sehen wir hier die LED vom Plus-Gerät hier. Die kann ich jetzt entsprechend ein- und ausschalten. Und das geht super schnell. Mit dem dasselbe. Das ist perfekt. Die Funktionen, die diese zwei Geräte haben. Sie ist einmal-einmal-Klick. Doppelklick. Dreimal- und langen Tastendruck. Das können diese alle übertragen und entsprechend jeweils die Events hinterlegen. Sagen wir, zweimal Doppelklick ist die eine Lampe. Einmal Doppelklick ist die andere Lampe. Oder eben Dimmen plus minus. Aber so kann ich mehrere Funktionen auf einen einzigen Knopf hinterlegen. Der ist auch noch extra fester gebaut. Also der ist sehr robust. Für einen Schlüsselbund ist der geeignet. Muss natürlich aber auch sagen, er ist natürlich fast doppelt so dick wie der Vorgänger. Und hier ist er auch grösser. Aber super robust. Was hier auch zum Teil noch das Problem war, dass die Taste verklemmt. Aber das war selten der Fall. Das habe ich bei dem hier noch nie erlebt. Und der Piep so neben, sieht man hier, den kann man ausschalten. Je nachdem super nervig. Und die Farben sind ja verschieden. Diese gibt es in Weiss und verschiedenen Beige-Tönen. Diese gibt es noch in Schwarz, Rot, Blau und ich meinte noch Weiss. Je nachdem kann man dann die Geräte unterscheiden. Und auch mit der entsprechenden Funktion. Gut. Das waren die Buttons. Dann haben wir jetzt hier noch der HMT. Das ist der Temperatursensor per Bluetooth. Eigentlich das Bondo zu dem hier. Generation 3, HMT mit Batterie und Wi-Fi. Und der hat Bluetooth. So kann man sich natürlich auch eine Temperatur- oder Thermostatensteuerung für den Raum bauen. Den platziere ich irgendwo im Raum. Und hier ein Röle-Modul schaltet mir dann die Heizung. Oder die macht dann die Schaltung für das Ganze. Das kann man so regeln. Und es ist alles sehr elegant. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir einen solchen im Aussenbereich platziert. Und messe mir somit die Aussentemperatur. Jetzt sehen wir hier auf dem Shelly Wall Display Aussentemperatur 28 Grad. Bei mir scheint jetzt die Sonne an den Sensor. Und entsprechend ist die Temperatur eher hoch. Das funktioniert auch einwandfrei. Ich habe den Sensor auch hier eingebunden. Aussentemperatur 28,3. Und den hier, der weisse, das ist dieser hier. Der sehen wir hier. Und dann auch die Grafik auf dem Hinter-Shelly-Welt, wie die Temperatur sich so verhält. Und eben, ich kann mir dann damit eine Thermostatensteuerung bauen und entsprechend das Röle schalten lassen. Und kann mir somit eine Temperatur, respektive Heizungssteuerung bauen. Das ist der HMT. Ich denke, ein super cooles Gerät. Auch eben alle mit einer CR2032 Batterie. Gut, das war jetzt der Abschlag zu all diesen Geräten. Ich denke, zukünftig wird da noch einiges anderes dazukommen. Aber das werden wir dann sehen. Ja, hier, diese Schaltbefehle kann man per Skript auf den Geräten einmal programmieren. Oder auch auf dem hier. Das ist der eine Weg. Oder der andere Weg ist über eine Szene in der Shelly-App. Da kann man sich eine Szene anlegen. Ich habe das hier jetzt gemacht. Entsprechend ist diese jetzt aktiv. Die sieht dann so aus, wenn der Button weiss gedrückt wird. Dann schalte ich den Taster, den ich hier hatte, einmal um. Das mit der Toggle-Funktion. Das immer. Und das ist dann schon alles. Das ist sehr schnell erstellt. Und wenn ich diese Funktion nicht mehr haben möchte, kann ich die deaktivieren. Und entsprechend hat der Button jetzt diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Funktioniert nicht mehr. Und so kann ich die wieder aktivieren. Und eben auch mit der Szene. Das Ganze funktioniert genial schnell. Zack, zack. Und was ich noch vergessen habe, ist jetzt hier beim Button Weiss. Hier sehe ich, zu welcher Zeit ich ein Event ausgelöst habe. Doppelklick. Dann sollte der hier nachher auftauchen. Oder eben nicht. Ah, das sehe ich hier. Genau. Oder der lange Tastendruck. Jetzt. Das war der lange. Und auch wieder die Zeit, wo er das Ganze empfangen hat. Und hier sind nur die Events aufgeführt, welche auch entsprechend programmiert sind. So ist es. Ja. Cool. Ich hoffe, ich konnte dir die Blue-Geräte etwas näher bringen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Freue mich auf ein Abo. Und bis bald wieder auf meinem Kanal. Und Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020